Trendfest macht, platt gesagt, Verhaltensforschung. Wir befassen uns damit, was die Menschen bewegt. Wenn man weiß, was die Menschen bewegt, dann weiß man auch, wie sie kaufen, wie sie ihre Firma lenken, wie sie ihre Wohnung einrichten, welches Auto sie designen oder wie sie ihre Forschungsgruppe durchführen. Wir befassen uns letztendlich im Rahmen unserer Tätigkeit mit sämtlichen Äußerungen der Menschheit im Bereich der Wirtschaft, im Bereich der Kultur, im Bereich des Sozialwesens, im Bereich des Konsums. Aufgrund dieser Erkenntnisse können wir recht genaue Schlussfolgerungen und Prognosen treffen und damit unsere Kunden beraten. Das bedeutet sowohl einen Blick in die Zukunft, strategische Beratung gilt, aber auch für jetzt, für aktuell, weil wir rückblickend auf vorherige Prognosen sagen können, die sind jetzt eingetroffen, also können wir das Wissen, das vor fünf Jahren prognostiziert wurde zum Beispiel, auch heute effizient einsetzen, respektive dann unseren Kunden zum Einsatz empfehlen. Das, was mein Herz mit überschwinde wird, ist ein Schiff zu awaits. Das ist ein Schiff zu erzeugen mit dem,